Herzlich Willkommen zurück zu Gangbeast. Wir müssen die Anmode schneller machen. Kapuze, Alex, Kundran sind mit dabei. Wir stehen auf fahrenden Autos. Ich bin der DJ der guten Laune. Guck mal hier, wie ich tanke kann. Ich bin der Punk der Rocker. Aua. Aua. Deswegen sollte das Level schneller gehen. Wir wollten eigentlich eine schöne Anmode mit allen Vorstellen machen, aber auf der Map war das nicht schön. Das Geräusch auch. Wie ein Fleischwolf. Ich bin eine alte Dame. Ich will nicht in den Fleischwolf. Siehraudi, Siehraudi. Wie kann ich eigentlich die Hände heben? Talo, Hilfe, Hilfe. Ich bin eine alte Frau. Ich möchte nicht hin. Bitte helfen Sie mir. Aua. Du bist der doofere Raudi. Kundra... Aua. Kundra, du blöde Raudi. Nein, 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 nein. Dropkick. Wenn du hebst, dann hebst die Hände hoch. Wenn du hebst, dann hebst die Hände hoch. Hast du auch schon gemacht zum Posen öfter mal. Der Elegate. Siehraudi. Bist du doof? Ey. Oma. Oma. Ich bin DJ. Oma, ich arbeite. Und ich bin die Hildegard. Hallo. Ich bin die Greta. Hildegard, das war meine Oma. Ey, die Hildegard. Boah, jetzt war ich die Oma fertig hier. Heute ist der Weltnettigkeitstag. 13.11. 13.11. Weltnettigkeitstag. Der ist heute. Warte mal kurz. Oh, oh. Omi. Lass mich doch los, Omi. Kann einer den DJ der guten Laune retten? Nicht an meinem Zopf. Wo ist der DJ der guten Laune? Warte, wir halten uns im DJ. Oh, der DJ kommt wieder. Oh, nein, 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 nein. Warte mal, wir halten uns im DJ. Halt dich an, halt dich an. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ich bin der DJ der guten Laune. Nehmen Sie mich auch? Ich hab die Oma. Ach, da. Ich hab dich, ich hab dich. Keine Angst. Okay, du musst die rechte Hand benutzen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hör mal Ken. Warte, die rechte Hand. Oh, oh, oh. Lass meine Hand los. Lass los. Halt dich jetzt. Mit dem kleinen Bein. Am Weltnettigkeits-Tage. Am Weltnettigkeits-Tage. Am Weltnettigkeits-Tage. Ich wollt dich retten. Am Weltnettigkeits-Tage. Ich wollt dich retten. Du wolltest retten, ja, ja. Oh, nicht zu mir. Dropkick. Oh, bei unserem Container fehlt schon ein Seil. Wir sollten rüber. Oh, oh, oh. Oh, shit. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der ist so gut. Da rein. Äh? Äh, das ist ja noch. Was ist denn hier? Wir sind ja alle drin. Ja, ich mein... Scheiße, der macht Mist da oben. Leute, der macht Mist da oben. Ja, der macht's ja. Die hält aber viel aus. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Komm, was los? Jetzt muss der DJ der skilligen Moves... Der muss jetzt erstmal raus. Jetzt pass auf, Kapuze. Ich mach's zu jetzt. Tschüss. So, warte, 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 Kapuze. Warte, 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 Kapuze. Warte ab, wenn ich da oben bin. Okay. Ich bin der Kletter-DJ. Oh, nein, Alex. Ich bin der Kletter-DJ. Das war mein Paolo kapuze. Geht mal raus. Ja, doch mal, Alter. Nicht Hilfe. Bin ich wieder hochgeklettert, weil ich so... Ich zieh dir nur den Märchen. Ja, erzähl mal, erzähl. Okay. Okay, erzähl. Mach mal lang. Ja. Ja, ja. Ich sitze schon. Ich bin bereit. Erzähl doch mal. Oh Gott, die Oma macht's Wippen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Mach die Oma da. Ich bin bereit. Äh. 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 Was hab ich gemacht? Du hast hier drangehangen, ey. Ah. Das ist so blöd, ey. Ah, das ist so lustig. Äh. 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 Nochmal die Map. Ah, das ist random. Aber in Draw noch. Oh, wie denn das tut. Alex. Du hast jetzt hier... Aua, lass mich nochmal in Ruhe. Aua. Du hast ein Helmverleid. Ohne Helm kriegst du hier. Alex, stopp jetzt. Aufhör. Nein! Ich war jetzt mein geheim special move. Ich fühle mich schlecht. Und jetzt dreh dich dich. Komm, ich dreh dich. Dreh dich. Haha, zack. Hahaha. Ey, Ömerkin. Okay, ich helfe. Na, Ömerkin. Komm, gib mir deine Hand. Hast du? Gib mir die Hand. Die andere. Hier. 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 Warte, warte, warte. Nimm meine Hand. Der DJ in der guten Maule. Hahaha. Ist das eine fehlte coole Brille? Ja, das ist die DJ-Brille. Achso. Ja, Brille. Du bist das bescheuert. Nein. So, meine Aufnahme noch. Oh, jetzt. Keine Unsichtbar, ich seh alle. Oh, der Lüft, der Lüft, der Lüft. Meine Aufnahme ist ausgegangen. Uuuuh. Na, dann mach sie wieder an. Mach sie wieder an. Mach sie wieder an. Nein, 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 nein. Tschüss. Stopp, stopp, stopp. Alexander. Komm doch in. Alexander. Guck mal. Ich halt mich hier fest und schlag mit der anderen. Alexander. Jetzt dreh dich aus. Alexander. Oh. Nein, ich hab keine losgelassen. Scheiße. Alexander, die Oma, die Oma. Alexander. Alter, die Oma schlägt. Alexander. Oh, ich bin der Hulk. Alex. Alex. Die Oma ist voll gut. Ja. Oh ja, das ist gut. Oh ja, das ist gut. Da sind noch alle Fenster drin. Wie würdest du ihn durch das geschlossene Fenster werfen? Dalu, ich hab ihn für dich. Ich mach hier grad harte Moves, Alter. Oh, shit. Ah. Der DJ geht da um. Ja. Nein. Komm her. Oh. Y, 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 Y. Der Oma. 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 Der Oma bringt jetzt auch nichts mehr aufzunehmen. Der Oma. Der Oma, der Oma. 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 Und jetzt der berühmte Backflip. Ja. Nein, 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 nein. Hör auf! Ich habe eine Raubie, ich hab noch eine Raubie. Alter, ich hab noch eine Raubie. Da! Hier! Ich nehm mich! Da! Da! In den Rücken! Wer steht zuerst auf? Wer steht zuerst auf? Ja! In die Fresse! Und die Oma ist auch da! Und jetzt kommt der berühmte Tornado-Wurf! Aufs obere Ringseil! Bitte nicht! Dropkick! Bauerweiter! Der Bauerweiter hängt mit seinem Bart fest! Das war nur ein Fake! Ich mach gar nicht über... Alter! Weg! Den DJ der guten Lade! Den DJ der guten Lade war jetzt... Aua! Aua! Ich bin aber hartbewusst! Ich bin aber hartbewusst! Der Drops mit dem... Oho! Man ist stark! Aua! 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 Kennst du den DJ der guten Lade nicht? Oh, das Gelände! Ich hau ab! Nee, das ist zu gefährlich für die Oma, Herr Bauarbeiter! Bitte fixe sie das! Okay, ich fixe das! Hier! Gucken Sie mal hier! Ich mach erst so ne Schlagstange hier! Ich lauf ne Runde erst mal! Okay, ich hab ein Gelände! Okay, ey, ey! Herr, Herr Bauarbeiter! Oh! Das hat nicht so geklappt, Herr Bauarbeiter! Hier oben ist ne Blutgrätsche sehr gefährlich! Ja! Ja! Herr Bauarbeiter! Alter! Oh nein! Hör mal Kettel! Oho! Herr Bauarbeiter! Bitte helfen Sie in der Dame in Not! Ja, ich helf Ihnen gleich! Achtung, ich denke gerade leider an der... Hör mal Kettel! Hör mal Kettel! Hör mal Kettel! Hör mal Kettel! Das ist überhaupt noch da festhängig! Die Oma hängt da richtig cool, ey! Hilfe! Herr Bauarbeiter! Ich kann mich nicht mehr lange festhalten! Herr Bauarbeiter! Ohohohoho! Herr Bauarbeiter! Ich versuche mich rüber zu schwingen! Ohohohoho! Ich bin einarmiger Mann! Diesen Kussi an! Ohohohoho! Das war doch so ein Knockout-Sound! Holy Shit, ey! Der Bauarbeiter hat ihn getroffen! Ja! Da kann sie mit einer Hand durchziehen, ey! Herr Panker! Sie müssen jetzt aber ein bisschen im Einsatz kommen! Oh nein! Ich laufe wieder von alleine runter wahrscheinlich! Das ist schrecklich! Die ist schrecklich! Ich blieb in hinten! Hä? Ich hab gar nichts gemacht! Ich möchte nicht! Oh! Darf ich bei dir safe? Darf ich bei dir rüberkommen? Ich lege auf hier! Oh! Oh nein! Ich bin runtergezogen! Da! Ich bin reingezogen! Ich bin einfach runtergezogen! Der DJ der guten Laune! Auch aufm Eis! Oh, was ist das? Ach, das ist dieses Ding! Oh, die erste Gondola! Oh! Oh nein! Drei auf einer Gondola ist gefährlich! Rüber! 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 Auch auf! Ah, bevor das Brett weg ist! Ich nehm das Brett! Nein! Ich hab es! Ich hab es! Ich bin auch richtig fest! Ich hab das! Ich hab das! Ich hab das! So, ok! Wir können auf jeden Fall... Au! Versteckt! Ok! Alex! Lass nämlich los! Oh! Nein, nein! Nein, nein! Wo ist denn das? Wo ist denn das? Kommt rein jetzt rüber! Ja bestimmt rüber! Jetzt kommt hier mein Stabhochsprung! Aber Respekt, dass ich es probieren muss! Oh, das ist so lustig! Oh, ich liebe dieses Spiel! Das gibt's schon so lange! Oh, das ist immer besonders! Ich bin hier Bauarbeiter in dieser Werft! Ich bin der Punker! Ich bin hier eingedrungen! Wie, ich geh mal einkaufen! Ich geh einfach hier lang, ne? Oh, ist denn der DJ der guten Laune? Ja, das ist hier meine Partyzone! Welches Song wünscht? Ich wünsche mir... Und jetzt die Endo! Ja, reparieren Sie das bitte! Du hast ein Candle in the Winden... Ja, komm mal! Ich geh ja schon! Ich geh über die Neu einkaufen! Du hast hier nix zu suchen! Security! Richtig mieses Feuer geworden! Was will'n denn der denn hier? Wo seid ihr denn? So ohne Gnade! Oh, oh, oh! So, wo bist du, Alex? Gritsche! Was war das jetzt? Aua! Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Ich bin ein Bauarbeiter. Ok, da muss man immer Anlauf holen für krasse Moves. Und dann gibt es so einen richtigen Kopfschwung, Kopfschwung! Was ist denn hier auf der Treppe? Erstmal den Sicherheitshelm weg. Erstmal den Helm weg. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nix da, ich hab meine Haare! Hey, lass uns meine Haare in Ruhe! Du kannst mich nicht runterlassen! Du kannst mich nicht runterlassen! Verbrenn seinen Bart! Verbrenn seinen Bart! Ich hab dich auch! Verbrenn seinen Bart! Verbrenn seinen Bart! Wir haben ihn beide! Einer links, einer rechts! Oh Gott, meine Arme! Meine Arme! Meine Arme! Zerreiß ihn! Zerreiß ihn! Oh Scheiße! Das machen wir normal! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich mach jetzt ein ganz... Ich hab ihn am Mitteln! Ok, jetzt kommt ein ganz waghalsiges Manöver. Ich geh das verarbeiten hier, ey! Mach jeder mal weiter! Ach, das ist jetzt sehr gefährlich! Das ist sehr gefährlich jetzt! Ich will... Kann ich das tun? Was macht denn der Doof? Was macht der? Man kann das Tor aufmachen! Ja, es ist wieder da! Arbeit ist erledigt! Was macht der da? Ich setz erstmal meinen Helm auf! Wartet auf mich bitte! Mach das Tor zu! Komm rein! Ich kann meinen Helm nicht mehr aufheben! Ne, doch nicht! Verstecken! Verstecken! Können Sie hier? Können Sie hier? Zumachen jetzt, ey! Er hat ein Backflaster, was für ein Backflammer! Aua! Aua! Beide ausgenockt! Der DJ! Der DJ! Lasst du mich in Ruhe, Hilfe! Eigentlich wollt ihr euch beide aufpacken, doch ey! Oh nein, nein! Wie viel rein? Wie viel rein? Wie viel rein? Nein, nein, nein! Oh! Knockout-Pun! Nein! Nein! Alex hat gewonnen! Toll gemacht! Der Kundra ist richtig scheiße! Sehr gut! Bei mir ist es nicht zu Ende gegangen, bei mir brennt der Lütsch! Jetzt ist es vorbei! Jetzt ist es vorbei! Jetzt hat der Alex auch gesamt gewonnen, weil der Kundra einen guten Move gemacht hat! Nur die Hälfte vom Ganzen mit! Ich hoffe trotzdem, dass die Runde euch gefallen hat! In der nächsten Runde treten wieder andere Chaoten gegeneinander an! Lasst ein Like! Da schreibt mir einfach vorbei! Bis dann! Macht's gut! Ciao! jürgen tschüss!